Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon siebten Folge Craft Attack Staffel 7, heute zusammen mit Gamers Time. Hallöchen! Ja, ihr seht schon, wir befinden uns nicht bei uns in der Basis, sondern hier im Nether, denn Kevin ist so nett und möchte uns heute ein paar ganz besondere automatisierte Farben zeigen, die er hier auf dem Server gebaut hat. Und ich hab gedacht, komm, wir begleiten dich einfach mal und gucken uns die zusammen an und eventuell helfen wir dir auch bei der einen oder anderen Farben, dass die ein bisschen besser funktioniert. Was hast du denn bisher so gebaut? Ja, also einmal eine Raid-Farm, aber da muss ich direkt sagen, dass ich dank dir einen Outpost ja hatte, wenn ich dafür nicht konnte. Genau, den hatten wir in der ersten Folge damals mit Josef entdeckt und mit den Outposts kann man anscheinend eine Farm bauen. Ich hatte es selber bisher auch nur in anderen Videos gesehen und du hast jetzt mal so eins dieser Videos umgesetzt, ne? Ja, genau, man muss auch sagen, dass das echt eine ziemlich gute Lage war, der Outpost, den du gefunden hast, weil, also man muss dazu sagen, die Farben, die haben alle noch so ihre Tücken und Probleme, da werde ich aber gleich mal so ein bisschen drauf eingehen, dann weiß man vielleicht auch als Zuschauer direkt, wenn man sowas selbst baut, worauf man achten muss, denn was beim Outpost, ja, uns auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, einfach geradeaus durchs Portal durch, ne? Okay, ja. Was uns definitiv einen Strich durch die Rechnung macht, ist halt, dass wir Amplified spielen, das ist ein ganz großes Problem bei dem Outpost, denn das ist ja nicht nur eine Farm, wo die ganze Zeit die, ähm, durchgehend diese Patrouillen von den Pilligern spawnen, die kommen ja an einem Outpost durchgehend und da hast du ja immer wieder einen Pillager bei, der so eine Flagge hat und quasi diesen Dark Omen-Effekt gibt oder Bad Omen-Effekt. Genau, den hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns, weil Spark immer da mit seinem Villager rummachen ist, wenn wir die Besicht haben. Genau, das funktioniert auch sehr gut, also hier ist quasi der Fallschacht, wo die reinfallen. Ja. Hier geht unten auch der ganze Loot rein, die Totems und so sind gelootet, aber man sieht, da ist auch schon einiges drinnen, da kommen sie auch schon runtergefallen, ja? Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, ähm, ich kann ganz kurz einmal erklären, wie die Farben so ein bisschen aufgebaut sind. Ja, genau, vielleicht erklärtst du das mal grundsätzlich, ich weiß nicht, ob alle, äh, Zuschauer da so Bescheid wissen bei mir direkt. Genau, wir haben jetzt hier einen Fallschacht, da fallen die Pillager rein, über dir, so ein bisschen, ja, so 15 Blöcke da drüber, ist ein Villager in einer Höhle, wo ein Bett steht, der simuliert quasi einen Village. Ja. Und ganz oben an der Farm, da können wir uns gleich auch mal hinbegeben, ist nochmal ein Villager, der in so eine Art Schneebunker eingebaut ist. Und der Villager im Schneebunker, der sorgt dafür, dass die Pillager, die oben quasi spawnen, zu ihm laufen und dann werden die mit Wasser quasi in die Mitte gespült, fallen in den Fallschacht und dann kannst du die einfach quasi hier kaputt klatschen, das dauert immer so ein bisschen, bis die kommen. Ja, klar. Und dadurch, dass wir ja an einem Outpost sind, wir können auch mal hochgehen eben, dadurch, dass wir jetzt an einem Outpost sind, spawnen halt durchgehend immer diese Patrouillen und auch ein Pillager-Anführer, sag ich jetzt mal. Und der löst dann sofort, wenn wir den quasi besiegen, einen Raid aus. Und dann spawnt dieser Raid in einem Umkreis von, ich sag jetzt mal, circa 70 Blöcken. Es kann ein bisschen mehr sein, es kann ein bisschen weniger sein. Ich hab jetzt auch hier quasi so eine Riesen-Plattform gebaut. Ich seh's schon. Damit der Raid die Möglichkeit hat, hier quasi zu spawnen. Ja. Und die laufen dann genauso auch in diesem Fallschacht. Und dann kannst du die ganz einfach in diesem Schacht besiegen und kriegst dann den ganzen Loot halt. Und was jetzt ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung macht, ist halt, dass wir hier überall diese Berge haben. Und das ist das große Problem bei der ganzen Sache, denn die Raids, die spawnen auch oben in den Bergen. Und jetzt sieht man hier, ist alles mit Half-Slaps zugepflastert. Also ich hab das ausprobiert. Ich kann direkt aus Erfahrung sagen, das funktioniert leider nicht, dem Raid quasi die Spawn-Möglichkeiten so zu nehmen. Denn wenn du quasi in eine Richtung alles mit Half-Slaps zupflasterst, dann tut sich die Reichweite vom Raid einfach vergrößern, in der er spawnt. Ach, das ist krass. Dann spawnen die einfach hinter der Reichweite. Also das haben wir ausprobiert in einem Livestream. Ich hab einen halben Tag lang hier alles zugebaut und die sind trotzdem immer weiter hinter den Bergen dann gespawnt. Und irgendwann sind die dann gar nicht mehr in die Farm gekommen. Und deswegen sind wir jetzt hier zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt um die Farm herum alles abholzen müssen quasi. Ja. Damit das dann vernünftig funktioniert. Aber funktionieren tut die Farm auf jeden Fall. Ja, das ist interessant. Das sind dann ja schon ein bisschen andere Spawn-Mechaniken, als man die sonst so von den klassischen Mobs in Minecraft kennt, muss man sagen. Die funktionieren ja wahrscheinlich auch unabhängig von der Anzahl an Spielern, die hier mit online sind, ne? Ja, genau. Also das kommt immer drauf an. Also es gibt ja da auch so eine Spawn-Mechanik. Die hatte jetzt Earlyboy für den Server extra eingestellt. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten auf dem Server bist, dann kann es passieren, dass die Pillager nicht so gut nachspawnen. Ja. Ja, das ist dann halt auch so eine kleine Problematik. Aber das hat er ja eigentlich auch gefixt. Das funktioniert auch. Womit ich Probleme hatte. Ich hatte jetzt hier auch mal alles ausgeleuchtet, auch um die Farm herum, damit dann keine Creeper und so spawnen, weil dann spawnen natürlich mehr Pillager. Was dann passiert ist, als ich um die Farm herum ausgeleuchtet habe, dann sind gar keine Pillager mehr plötzlich gespawnt. Also eine ganz komische Sache auf jeden Fall. Das klingt spannend. Und das war bestimmt alles auch nicht so im Tutorial drin, wo du es angeschaut hast, ne? Genau. Also da war jetzt halt quasi nur die Farm drin, wie man die baut. Also funktionierend tut sie auf jeden Fall. Aber was die Spawn-Mechanik mit den Pillagern angeht, das ist dann doch noch ein bisschen tricky. Also da bin ich am Rumprobieren. Ja. Wir haben aber auch schon sehr viele von diesen Totems farmen können. Ja, das ist doch mega gut. Also grundsätzlich habe ich das schon mal gesehen. Guck mal, da ist gerade einer gespawnt hinter uns direkt. Ja, genau. Tüte den ruhig mal. Dann sehen wir mal, was passiert. Ja, das ist jetzt natürlich ein normaler Pillager. Achso, wir müssen warten, theoretisch bis so ein Boss spawnt. Genau, wir müssten theoretisch jetzt warten, bis einer von denen spawnt, die eine Flagge haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob es da einen festen Intervall gibt, ob das relativ random ist. Ich hatte da jetzt natürlich mich schon ein bisschen durchgelesen bei den Outposts. Da steht aber auch nichts direkt bei. Da steht halt nur, dass da diese Pillager spawnen und das ist immer relativ random. Aber da fällt jetzt, da ist jetzt gerade auch einer wieder in die Falle reingefallen. Ja. Wir können auch hier über diesen Wasseraufzug runtergehen. Ich habe vergessen, der ist ja direkt hier nebenan. Vielleicht haben wir ja Glück und der ist schon gespawnt und ist jetzt auch schon in der Falle drinnen. Ja, lass uns das mal kurz schauen. Ne, das war aber nur ein normaler leider. Gut, grundsätzlich kriegst du aber hiermit all die Drops, die man so von den ganz normalen Raids auch bekommen kann, ne? Genau, da ist jetzt schon wieder einer. Oh, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Die Rüstung hält es aus. Und da sind auch Redstone und Glowstone dabei. Das ist natürlich auch schon mal gut eigentlich grundsätzlich. Ja, das kommt von den Hexen. Die kommen ja auch ab und zu in den Raids dazu, ne? Diese Hexen spawnen ja auch da. Also man sieht es ja auch, ne? Die fallen ja wirklich runter. Das funktioniert auch. Aber ich denke einfach, dass das Amplified ein bisschen so ein Problem ist. Das müssen wir jetzt noch gerade machen. Und dann je nachdem, wie viele Leute auf dem Server sind. Also ich hab das letzte Mal schon beobachtet. Wenn wirklich so viele Leute auf dem Server drauf sind, dann war das schon öfters so, dass dann kaum Pillager gespawnt sind. Wenn dann so vier bis sechs Spieler drauf sind, geht das eigentlich. Dann geht das auch relativ fix, dass dann so einer mit einer Flagge kommt. Aber sobald das dann echt extrem viele Spieler sind, hab ich das Gefühl, dass das Ganze dann nicht ganz so gut funktioniert. Ja, muss man mal testen. Dann eventuell irgendwann morgens oder spät in der Nacht, wenn keiner am Spielen ist, dann könnte man es mal ausprobieren. Aber mega interessante Farm. Ich hab die bisher in meiner Survival-Welt oder auch hier ja noch nicht gebaut. Du kriegst ja ganz andere Items und Loots wirklich als die, die man sonst bekommt. Das ist ja schon mal mega gut, muss man einfach sagen. Ich bin mal gespannt. Wenn es okay ist, würde ich nochmal irgendwann bei mir, wenn es hier mal leer ist, auf dem Server erstmal hingehen, mir das mal angucken. Wenn es voll ist, wie es funktioniert. Aber selbst hier, jetzt mit einem relativ vollen Server klappt das doch schon ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ja, die kommen, also die kommen, wie gesagt, regelmäßig runtergefallen. Also wirklich abgehend tut die Farm, wenn du dann einen Raid hast und wir das Glück haben, dass der dann auf dieser geraden Fläche, die ich da gebaut hab, spawnt. Also das ist schon mal passiert. Dann funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, und XP-technisch kommt wahrscheinlich zusätzlich zu dem ganzen Loot, den du hier bekommst, auch einiges hinzu, ne? Ja, also XP-technisch geht die gut ab. Also wenn die durchgehend funktionieren würde, was ich mir vorstellen kann, wenn man mit nicht so vielen Leuten drauf ist, dann würde ich schon fast sagen, kommt die auf jeden Fall an so eine Goldfarm ran im Nether. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ja, also gerade die Raids, die bringen halt natürlich enorm viel XP, ne? Ja, dann bin ich mal gespannt. Wenn die gut läuft und das alles platt ist, gehe ich stark davon aus, dass die besser läuft. Ich hatte auch schon mal so ein paar Videos im Internet gesehen, wie die theoretisch abgehen kann und da spawnt dann ja einiges, muss man sagen. Also dann sind das echt wirklich Massen, die da fast unterfallen. Ja, na, das stimmt. Also wie gesagt, das funktioniert gut. Ja, coole Sache. Ja, das ist quasi die Raid-Farm. Dann habe ich jetzt halt noch eine Gold- und XP-Farm gebaut. Da muss ich ehrlich sagen, da brauche ich mal so ein bisschen dein Fachwissen. Du kennst dich ja, was Farmen angeht, sehr gut aus. Ja, würde ich vermuten, würde ich auch mal sagen. Genau, das hatte mir jetzt auch Basti gesagt, dass du dich da sehr gut auskennst und hat mich da so ein bisschen auf dich hingewiesen. Und zwar hatte ich jetzt im Nether was versucht. Ich muss sagen, das hatte jetzt, wo ich das gesehen hatte, erst gut ausgesehen. Das ist eine Farm, die funktioniert mit Schildkröten-Eier, was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, weil da kann man ja, glaube ich, sogar vollautomatisch quasi die Farmen mitbauen im Nether. Genau, also du musst nicht diesen Aggressionseffekt, den wir in der letzten Season hatten, nutzen, sondern die versuchen halt, das Ei anzugreifen und das kaputt zu machen. Genau, der wurde ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, das hatte mir Spark auch schon erzählt, wurde der ja abgeschwächt, dieser Aggressionseffekt. Der wurde irgendwie verändert von der Mechanik her. Ja, der wurde ein bisschen verändert. Also der wurde, wie gesagt, abgeschwächt. Ich kenne jetzt nicht ganz genau die Änderung, aber ich glaube, man muss konstanter die triggern, dass die halt immer versuchen, hier anzugreifen. Genau, das hatte er mir nämlich auch gesagt. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich eine Farm suche, die vielleicht auf einem anderen Weg funktioniert. Weil er meinte halt, dass das doch ein bisschen anstrengend ist. Ja, du kannst halt nicht mehr so schön wie vorher irgendwo stehen und ein paar Minuten warten, bis es kommt. Also, dass die da auf dich warten, wo du die dann einfach tröten kannst. Das geht nicht mehr so ganz einfach. Genau. Also hier habe ich jetzt auch den Bedrock durchbrochen heute. Das habe ich dann mit so einer Kolbenfunktion gemacht. Das geht nämlich so, wie ich das mitbekommen habe. Nicht mehr mit Dark Oak. Nee, nee, das geht nicht mehr. Du musst jetzt so ein ... Hast du dich da hier einmal hochgeworfen und dann unter so eine Kolbenkonstruktion geglitscht und dann gewisse Blöcke gesetzt? Ja, genau. Also, ich hatte das bei dir gesehen. Du hast das ja mit so einer Sprengung, glaube ich, gemacht, ne? Genau. Genau, und das war auch so ähnlich. Ich musste die Köpfe von zwei Kolben wegsprengen und dann neue Kolben setzen. Da war das so ein bisschen so hin und her gesetzt und am Ende hast du dann einen Hebel umgelegt und dann ist hier so ein Kolben eingefahren und unter dem Kolben ist dann quasi der Bedrock verschwunden. Ja, mega, genau. Dann hast du eine Stelle erwischt, die genau ein Block breit, dick oder wie auch immer war und dann geht das. Die Methode, die ich gezeigt hatte, die ist manchmal ein bisschen zufallsabhängig gefühlt, wo es klappt und wo es nicht klappt. Ja, das war mir ein bisschen zu riskant, hatte ich am Anfang gedacht. So, weil ich mir gedacht habe, so, ah, nicht, dass ich mich lieber damit nachher selber in die Luft springe oder so. Ja, das stimmt. Da hatte ich so eher meine Angst vor und deswegen hatte ich dann geguckt und hatte dann da diese Methode mit den Kolben gefunden und ja, dann habe ich jetzt halt hier angefangen, diese Farm zu bauen. Ja, wie gesagt, die funktioniert halt mit Schildkröten. Ah ja, so an sich funktioniert die Farm auch. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem, was ich habe, es spawnen halt so gut wie gar keine Pikmin irgendwie und da ist jetzt die Sache. Ich weiß halt nicht, was da genau jetzt zu beachten gilt, weil ich glaube, Spark hatte mir das auch gesagt oder ich hatte das in einem Video gesehen. Da war die Rede von, dass man so circa 70 Blöcke Abstand vom Boden haben sollte mit der Farm. Die ist jetzt auf einer Höhe von 228, also das sind knapp 100 Blöcke in der Luft und normalerweise dürfte unten ja gar kein Spawn getriggert sein für die Pikmin. Ja, sagen wir es mal so, also ich erkläre es nochmal für meine Zuschauer, auch wenn du es wahrscheinlich weißt, grundsätzlich spawnen Mobs in einem 128 Blockradius um den Spieler. Das heißt für uns, dass hier theoretisch nichts mehr spawnen sollte. Spawnen könnte am besten natürlich, wenn du ganz oben baust, aber da selbst unter dem Bedrock auch eher die Decke ist und keine Höhlen oder sowas, wird da nichts spawnen. Also kein relevanter Anteil, ihr müsst euch das wie so eine riesengroße Kugel um den Spieler herum vorstellen. Das heißt, diese Bedingung sollte hier schon mal gegeben sein. Dann hängt die Spawnrate natürlich davon ab, wie viele Spieler in der jeweiligen Dimension online sind. Wir befinden uns jetzt hier zu zweit. Ich bin mir sicher, dass auch noch andere im Nether unterwegs sind. Wenn du hier aber alleine bist im Nether, dann können so viele wie wollen in der Oberwelt sein. Das sollte die Spawnrate nicht beeinflussen. Das ist schon mal ganz gut. Und ich denke, die Problematik, wenn ich es jetzt sehe, ist eine andere. Das ist nämlich die nächste Bedingung. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch. Die sind ja nicht aggressiv, die greifen uns ja nicht an. Ja genau, ich komme einfach mal hinterher. Entspannt. Ja, ich weiß welches Tutorial du gebaut hast. Das kenne ich, das Design. Ich wollte dazu auch ein Tutorial machen und derselbe Fehler, warum diese Farm nicht funktioniert, ist auch mir unterlaufen bei dem Tutorial. Deswegen ist es auch nie veröffentlicht worden, weil es einen dummen Fehler da drin gibt. Okay, und was ist der Fehler? Jetzt bin ich echt gespannt, was das Problem ist bei der Farm. Grundsätzlich, ich erkläre es nochmal, die Zombies versuchen hier drüber. Die denken, die kommen hier hin und können das Ei erreichen. Das ist dann jetzt hier abgeschützt, dass es halt nicht berührt werden kann. Das Problem ist, es gibt ja, die spawnen nicht nur in einem 128-Block-Radius um dir herum, sondern die spawnen auch nur, wenn du, ich glaube, 28 Blöcke von den Mobs mindestens entfernt bist. Und der Punkt, wo du AFK hast, der ist nicht 28 Blöcke entfernt. Der ist näher dran. Und deswegen spawnt hier nichts. Fast die ganze Spawnebene, die du gebaut hast, da kann gar nichts spawnen, weil du noch viel zu nah dran bist. Die spawnen nur auf den obersten Ebenen oder hier auf dieser Ebene am Rand. Ah, okay. Und das hat der im Tutorial nicht gesagt. Und der hat dann an der Stelle sicherlich gesagt, ich habe es dann noch in meiner privaten Version um zwei Ebenen erweitert. Ja, super. Es nützt dir bloß nichts, weil die beiden unteren Ebenen, da kann ich jetzt drauf spawnen. Weil das zu nah dran ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du einen Cam-Account hast. Das kannst du gerne nochmal in deinem Video sonst erklären. Das Problem ist, du kannst den Fallschacht ja auch nicht zu hoch bauen, weil sonst sterben die, wenn die runterfallen. Da habe ich eine Lösung im Livestream mit meinen Zuschauern gefunden. Mit Ranken? Nee, du kannst da mal reingucken oder hörst das vielleicht schon, da ist Lava drin. Ich habe zwei Blöcke hoch Lava reingemacht, dass sie abgebremst werden, wenn die runterfallen. Ah, also wie beim Wasser. Eventuell müsstest du noch einen Ticken weiter nach unten gehen. Warte, jetzt habe ich das gerade ab... Ah, ne, perfekt. Wir können es ja mal abzählen. Guck mal, du stehst ja ziemlich mittig. Das heißt, 28 Blöcke wie im Kreis hast du um dich herum. Die Y-Koordinate ist 228. Das heißt, wir müssten auf 256 Blöcke von der Y-Höhe am höchsten Punkt sozusagen sein. Und wir sind jetzt hier bei der Ebene bei 243. Ja. Das heißt, hier kann nichts. Spawn, weil du noch zu nah dran bist. Wenn du an dem äußersten Rand. Also das heißt, es müsste quasi die erste Ebene müsste auf 256 beginnen. Ja. Und die Ebene auch. Das ist halt eine Kugel, die sozusagen um dich herum ist. Kein Blockradius. Also ein Blockradius schon, aber halt nicht komplett gerade. Deswegen kann er den äußeren Renten was spawnen, weil du dann vielleicht weit genug weg bist gerade. Okay, also würdest du mir eher raten, dass ich vielleicht sogar mit dem Fallschacht nach unten gehe lieber? Ich würde es ausprobieren. Das ist einfacher, als wenn du jetzt irgendwie das nach oben baust. Jetzt merke ich auch, warum diese Farm so tricky ist und eigentlich auch nicht so gut ist zu bauen. Weil wenn ich jetzt weiter nach unten gehe, dann kann es passieren, dass mir unten die Mobs dann spawnen irgendwann, ne? Ja, ich würde behaupten, dass es trotz allem einfacher ist, jetzt für dich den Fallschacht zu verlängern, weiter nach unten zu gehen. So, dass du mindestens 28 Blöcke von dem AFK-Punkt zur obersten Plattform hast. Ja. Du kannst den Fallschacht ja komplett abbremsen mit der Lava und dann testest du es erstmal aus. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, 256 ist ja die maximale Bauhöhe, ne? Ja, genau, 256 ist die maximale Bauhöhe. Hast du die mit dem Glas oben erreicht, ja, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Glas oben ist auf der maximalen Bauhöhe. Ich habe jetzt gerade keine Scaffholdings drin, ich hole mal eben schnell welche. Ich gehe mal stark von aus. Also ich bin ganz, wenn ich es jetzt hier so am Y-Koordinate sehe, an der Y-Koordinate, gehe ich stark davon aus, dass es der Fall ist. Das Problem ist, du musst halt einen guten, äh, eher Mittelweg finden, wie es passt, dass man weit genug weg ist und zeitgleich die halt immer noch spawnen können. Und, ähm, die brauchen auch einen Ticken, das muss man leider immer sagen, bis die getriggert sind, bis die spawnen. Das ist nicht ganz so schnell, als wenn die aggressiv sind, bis sie das Ei sozusagen gefunden haben. Das ist mir auch noch aufgefallen. Ah, okay. Und das Ei triggert auch bestimmt auch nur in einem, äh, bestimmten Radius, ne? Und ich denke mal, der ist bestimmt abgemessen zu den, äh, zu den Plattformen quasi. Genau, du kannst nicht die Plattformen beliebig groß bauen, dann klappt es nicht mehr. Das solltest du dich schon, ich glaube, das hat er im Tutorial bestimmt richtig gesagt, da würde ich jetzt mal drauf vertrauen. Ja. Ähm. Ja, also, wie gesagt, also, aber es ist genau, wie du gesagt hast, er hat gesagt so, ja, ich hab bei mir in meiner Welt auch noch zwei Ebenen hinzugefügt, ne? Und dann sieht das so auf dem Screenshot aus, so, wenn du dann das Thundnail siehst von so einem Video, dann sind da ganz viele Mobs so in der Farm, dann denkst du so, oh, nice, die würden schon richtig gut laufen, ne? Ja. Und dann hat man auch ziemlich viele gute Bewertungen so gehabt, dann hab ich gedacht, boah, Junge, das wird ein geiles Ding sein, hab mir gedacht, dann baust du die mal halt, ne? Ja. Und ja, dann ist das leider nicht so gelaufen, wie ich's mir gedacht hatte. Die meisten bauen bestimmt nur die erste Ebene. Also die oberste Ebene, so, wenn man's so sieht. Und dann ist der Abstand vielleicht ja groß genug. Ob das bloß passt, das ist dann halt die Frage. Und du siehst selbst, wenn ich hier oben einen Ticken stehe, brauchst du eine Sekunde, bis sie die sehen. Weißt du denn, ob auf allen Ebenen die wirklich die Eier angreifen? Ähm, die werden auf allen Ebenen von denen getriggert, ja. Also jetzt hier oben, äh, also hier, wo jetzt, äh, so ein Block ist noch da drüber quasi frei über dem Glas. Ja, das macht's jetzt auch nicht hier großartig aus. Ja, ja, klar, ne, das ist... Ähm, ja, ich würd mal versuchen, das nach unten zu verlängern. Ich kann's mir vorstellen, und wenn das das nicht ist, dann liegt's daran, dass es sehr, sehr lange dauert, äh, bis sie die Eier sehen. Ich bin mir überlegen, ob's klappt, weil da gab's auch mal so ein paar Probleme. Wir hatten schon mal so was mit den Eiern in der letzten Craft-Attack-Staffel bei der Portalfamilie. Wir hatten ja gebaut. Da hatten wir auch mehrere übereinander gesteckt. Da durften irgendwie oben oder unten drunter nichts sein. Aber ich denke, das sollte bei dir hier richtig sein. Der Blick durch dieses Teil muss, äh, frei sein, sozusagen, außer auf der obersten Ebene. Genau. Ja, gut, ich sag mal, wenn das, wenn das nicht funktioniert mit dem Fallschacht-Verlängern, dann werd ich natürlich eine andere Farm bauen. Ich denk mal, da bieten sich dann halt diese typischen Standard-Farmen an, wo du dann in der Mitte stehst und die mit dem Schneeball die ganze Zeit abwürfst, ne? Ja. Aber kann sein, dass... Weil da hast du ja das Problem, äh, da hast du ja, sag ich mal, nicht das Problem mit dieser Höhe, sondern da gehst du ja eh, dann weichst du ja auf die Breite aus, ne, mit den Plattformen. Ja. Ich bin bloß grad ein wenig verwundert. Ich glaube, das Spawning ist komplett kaputt von Early. Okay, wieso? Die spawnen ja, äh, sind ja normale Mops, die spawnen ja, sollten ja eigentlich weit genug weg vom Spieler spawnen, ne? Ja, also mir sind hier, also mir ist auch schon passiert, dass hier oben auf der Plattform, direkt neben mir welche gespawnt sind. Ja, ich hab's jetzt hier auch grad gesehen, das dürfte nicht so sein, von der Vanilla-Spawn-Mechanik. Und die rufen ja auch nicht um Hilfe. Vielleicht ist ja auch das Problem der Server einfach. Also das grundsätzliche Problem mit dem Spawn auf den unteren Ebenen, das ist sicherlich das Gleiche, aber wenn ich jetzt hier sehe, dass die auch direkt neben einem spawnen, das darf gar nicht sein. Ich hatte das letztens gehabt im Livestream, dass direkt neben mir oder in mir fast ein Creeper gespawnt ist. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Ich hatte mich schon gewundert, was das war, aber es kann natürlich sein, dass hier auch irgendwas am Spawnen kaputt ist. Ich bin stark verwundert, weil die spawnen wirklich fast direkt neben einem. Ja, also wie gesagt, ne, also normalerweise, so wie du das ja erklärst, also du wirst auch Ahnung von haben und ich denke, das ist auch alles richtig, was du sagst. Normalerweise rein theoretisch, so wie du das ja auch erklärst, dürfte ja eigentlich so gut wie fast überhaupt nichts spawnen in dem Sinne. Zumindest auf den unteren Beinen der drei Ebenen nicht. Genau, aber das hatte ich vorhin auch beim Bauen, als ich die Ebenen gebaut habe, da sind trotzdem die ganze Zeit Mobs auch neben mir gespawnt. So, und da habe ich gedacht, so, jo, die Farm funktioniert, aber irgendwas stimmt hier nicht, so. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall trotzdem mal, wie du das jetzt gesagt hast, versuchen, dass ich den Fallschacht nochmal verlängere, dass der genau 28, oder ich sag jetzt mal 29 Blöcke Abstand zur unteren Ebene hat. Ja. Und dann hoffe ich, dass das vielleicht besser funktioniert. Kannst mal ausprobieren und mich auf jeden Fall informieren. Ansonsten würde ich nochmal Earlyboy fragen, ob hier mit den Spawns alles richtig eingestellt ist, weil so nah dürfen die Teile nicht an dir dran spawnen. Ja. Das ist ja schon fast gefährlich, muss man ja sagen. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich das auf jeden Fall dann jetzt in Angriff nehme, dann funktioniert nämlich die Farm auch. Und dann werde ich mich danach um das Großbauprojekt mit der Raid Farm kümmern. Ja, das ist auch nochmal, äh, das wird nochmal viel Arbeit. Ich hatte schon bei mir gesagt, sobald wir ins End dürfen, werden wir da direkt auch eine Enderman XP Farm bauen. Und das ist die einzig wirklich richtig gute XP Farm, muss man sagen, aktuell, wenn man mit mehreren... Ja, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass mit den letzten Updates Mojang so ein bisschen, gerade hier im Nether das so ein bisschen abgeschwächt hat, was natürlich gut funktioniert, finde ich, ist diese Cactus XP Farm, die über Zeit läuft, wo du ja den Cactus durchbrennst im Ofen. Aber da ist das Problem, wenn da einer dran war, dann ist das halt erstmal alles weg. Ja, und es ist halt, bei den meisten basiert es halt auf Zero Takes, ne? Ja, genau. Genau, und das ist das Problem, was ja bei uns nicht funktioniert. Ja, das ist ja auch Bug-Using ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, also, ich hatte jetzt bei mir in der Softwarewelt auch 1.14.4 eine wirklich günstige Enderman-Farm gebaut, wirklich auch mega easy, die schafft man locker an einem Abend zu bauen, die werden wir auch hier bauen. Die ist ultra effizient. Äh, da kannst du gar nicht so schnell XP, wenn du die XP die ganze Zeit, also wenn du die ganze Zeit tötest, kommt so viel XP dabei raus, äh, dass das dein Client irgendwann crasht von den ganzen XP teilen. Okay. Äh, wenn du die brauchst, also wenn ich da mitmachen könnte, zumindest das mal so vielleicht irgendwie assistieren bei ein paar Sachen, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich bin immer froh, wenn ich sowas lernen kann. Wir brauchen fast gar keine Razzle-Mechanik dafür, nur eigentlich ein paar Blöcke setzen. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Können wir auf jeden Fall machen, sobald dann, ähm, ja, wir ins End dürfen, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, okay, das stimmt. Ja, bis dahin werden wir sowieso noch ordentlich Totems farmen, da kann ich ja schon mal so ein bisschen anteasern. Wir haben nämlich geplant, dass wir jedem auf jeden Fall so drei bis vier Totems bis dahin farmen wollten mit der Raid-Farm, weil dann passiert auch nicht beim Ender-Dragon, wenn einer stirbt, dass der dann seine Aufnahme dann so mittendrin irgendwie abbricht oder so. Ja, das ist doch mega. Deswegen haben wir gedacht, okay, ist das mit der Raid-Farm gar nicht mal so verkehrt, die vorher zu bauen. Ja, denke ich mal schon. Das freut bestimmt den einen oder anderen Kollegen. Ich weiß noch letzte Season, wie viele da dann doch leicht angesäuselt waren. Vor allem der ganze Stuff war ja weg meistens, wenn man dann noch runtergekickt wurde. Wenn die Leute runterfallen, das können wir natürlich dann nicht verhindern. Achso, das macht das Totem nicht? Ich glaube, wenn du runterfällst, dann natürlich hilft dir das Totem, aber du stirbst, glaube ich, direkt danach. Ich habe es noch nie ausprobiert. Du stirbst ja dann direkt wieder, weil du kriegst, ich weiß nicht, du fällst ja immer weiter. Wie funktioniert denn das Totem? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nicht benutzt, großartig. Wenn du quasi stirbst, also auf null Herzen gehst, dann aktiviert sich das einfach, dann kriegst du wieder volle Herzen und ich glaube, du kriegst einen Buff. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei oder vier goldene Herzen sind, die kriegst du noch kurzzeitig. Ja, und dann kannst du einfach weitermachen. Also dein Tod wird quasi damit verhindert. Aber ich glaube, beim Runterfallen, da werden die Totems dir nicht gut viel helfen. Okay, wenn ich es jetzt gerade so höre, dann gehe ich es auch. Aber trotz allem, selbst beim Ender-Drachen-Kampf hilft es bestimmt einigen. Hast du noch gar keinen Toten bisher gehabt? Äh, nö. Ich bin aber noch nicht gestorben, muss ich sagen. Ja, du bist auch bei null Toten, dann komm mal mit, dann kriegst du direkt mal welche von mir. Dann schaffst du das nämlich, das vielleicht sogar zu halten. Das wäre natürlich cool. Bisher, muss ich sagen, hatte ich wirklich Glück gehabt, was die Tote angeht. Ja, bei mir ist das ein bisschen unglücklich gewesen. Bei mir ist eigentlich einmal die Situation mit einem Creeper gewesen wie bei dir. Ja. Was mich ein bisschen verwundert hatte, ich hatte ja Blast Protection auf einem Teil, Stufe 4. Und da hatte nämlich Spark zu mir gesagt, jo, wenn du das drauf hast, dann one-hitted dich ein Creeper auf keinen Fall mehr. Ist aber passiert. Also in der Höhle, ich hatte Diamanten gefarmt, der kam dann irgendwie aus einer Seite heraus. Und dann ist der direkt in mir explodiert. Ja. Und dann sind erstmal die Hälfte meiner OP-Rüstung ist in die Lava gefallen. Und ich hab mir einfach gedacht, Junge, wie kann das sein? Eigentlich, also bei uns ist der auch fast instant im Gesicht explodiert und da ging das alles noch, würde ich behaupten. So, warte, dann kannst du die drei hier dir gerne nehmen. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Was muss ich machen? Einfach in der Off-Hand halten. Genau, du musst den immer in einer der beiden, ja, links oder rechts, aber am besten in der Off-Hand halten. Und dann, wenn du sterben solltest, dann wird der sich aktivieren und dann, ja, stürzt du halt nicht. Sondern quasi kriegst wieder volles Leben und kannst weitermachen. Der verschwindet wahrscheinlich dann einfach und ist dann... Genau, also der zerstört sich dann quasi und, ja, du hast ja noch zwei Totems. Deswegen, also wir farmen auf jeden Fall noch mehr mit der Raidfarm, wenn da immer Bedarf besteht. Können wir natürlich Leute beliefern oder du gehst halt nur in Not selber, wolltest ja auch mal eher probieren an die Farben und dann kannst du das Ganze austesten. Ich denke mal, ich werde es nochmal in einem Video zeigen, wenn man halt alleine hier drauf ist, damit das auch ein bisschen interessanter zu sehen ist. Aber das klingt doch schon mal mega, mega gut. Ja. Gut, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns das zu zeigen. Ich bin mal gespannt, was du bei deinen Experimenten mit der Goldfarm oder XP-Farm da rauskriegst. Ich hoffe, dass es klappt. Ansonsten müssen wir nochmal Early Boy anschreiben, weil dann habe ich die Befürchtung, dass auch eine Enderman-Farm auch vielleicht ein bisschen davon beeinflusst ist. Ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich bei dir und wie gesagt, schaut gerne bei Kevin vorbei. Ihr seht schon, auch unterirdisch sind die hier fleißig am Werk. Eisen vorhanden habt ihr ja, glaube ich, schon am Start und eine Food-Farm. Mega. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle und gebe dir dann mal die Abschlussworte. Ja, vielen Dank, dass ihr die Folge geschaut habt und dann viel Spaß weiterhin. Ciao, Leute. Tschüss.